Musik Dieses ganze Zelt steht unter dem Motto Safe Food. Der Innovation Park Packaging steht für zukunftsorientierte Sonderthemen auf der Interpak. Und in diesem Jahr werden in dem riesigen Bereich zwischen den Hallen 1, 2 und 3 die Innovationen verschiedener Unternehmen gezeigt, die den Verlust von Nahrungsmitteln minimieren. Musik Herr Schabert, Sie präsentieren hier das Unternehmen Brand Pack im Innovation Park. Wie präsentieren Sie sich denn hier auf der MES? Ja, also was wir hier zeigen wollen, ist die gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt nicht nur ein Teil der Verpackungsgestaltung, sondern auch die gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt von der Gestaltung über Produktion, über das ganze Supply Chain Thema, was ja immer wichtiger wird. Und deswegen haben wir gesagt, ist eine Designagentur nicht nur da, um ein tolles Design zu machen, sondern auch sich darum zu kümmern, wie die Handhabung von Produkten ist, wie man Produkte produziert, wie die ganze Supply Chain funktioniert, um möglichst wenig Verluste zu haben, um möglichst auch die Lebensmittel dann so zu verpacken und so zu konfektionieren, dass sie dann auch ohne großen Abfall auch zum Konsumenten gerät. Sie haben ja ganz spezielle Arten von Verpackungen. Was sind denn so Ihre Verpackungshighlights? Was sind das für Verpackungen? Ja, wir haben natürlich viele Dosierungsthemen. Also alles, was mit Dosierung angeht, Handhabung angeht, was auch mit Aufbewahrung zu Hause angeht. Also als Designer ist man natürlich auch dann daran interessiert, wie wird die Handhabung gewährleistet und wie mache ich das zu Hause. Und deswegen gucken wir ganz speziell darauf, wie bestimmte Produkte auch zu Hause aufbewahrt werden können, wie sie gehandhabt werden können, wie man Dosierungshilfen machen kann. Das sind alles so Themen, mit denen wir uns sehr stark beschäftigen. Warum sind Sie denn hier auf der Messe vertreten? Warum ist es wichtig, für Sie hier zu sein? Ja, weil wir halt die Industrie noch zusammenbringen wollen. Also wir wollen schon sehen, dass wir sagen, vom Produzenten, der auch das Produkt herstellt, über die gesamte Kette, wollen wir eigentlich Mittler sein und sagen, wenn wir Veränderungen machen wollen, dann müssen auch alle daran teilnehmen. Es hat keinen Sinn, nur auf ein Segment hineinzuschauen, sondern auf alle Segmente. Und deswegen haben wir gesagt, es ist die Gelegenheit, auch mit verschiedensten Partnern hier zu sprechen. Industriepartner, Erzeuger, Retailer, Konsumenten teilweise auch, um wirklich zu sehen, wie können wir das zusammenbringen, um damit auch neue Effizienzen zu steigern. Wir hatten jetzt auch hier schon erste Besucher am Stand. Man hat ja auch schon ein paar Verpackungen von Ihnen gesehen. Gibt es so ein Highlight, eine Verpackung, die besonders gut angekommen ist vom Design her? Ja, also nicht vom Design, sondern von der Handhabung her wiederum, was natürlich viel mit Design zu tun hat. Das ist das Thema zum Beispiel Reis. Jeder hat zu Hause Reisbeutel, man reißt sie auf, die gehen irgendwie dann doch kaputt, die kippen aus und man weiß nicht so richtig, wie man abfüllen muss von dem Reis, wie viele Portionen man benötigt. Und wir haben eine relativ einfache Feitschachtel mit einer Dosierhilfe drin, wo ich im Prinzip schütten kann, den Reis entnehmen kann, genau in der Menge, die ich benötige. Der Stopp von alleine, ich stelle es wieder hin und ich kann es dann halt mehrfach gebrauchen, bis der Reis auch wirklich endgültig aufgebraucht ist. Und das zu portionieren ist relativ einfache, simple Lösung. Aber meistens sind das ja die einfachen Lösungen, die auch dann so begeistert sind oder begeistern. Richard Clemens, der Geschäftsführer der VDMA, ist hier an meiner Seite. Wie präsentiert sich denn die VDMA hier auf der Messe, Herr Clemens? Sehr vielfältig, letztendlich auf zwei Ständen. Einmal haben wir eine sogenannte Technologie-Lounge in der Halle 5 und dann im Safe-Food-Pavillon unsere Safe-Food-Ausstellung. Ziel ist letztendlich, den Menschen zu zeigen, wie wichtig Technik ist, um Nahrungsmittelverluste zu reduzieren. Ohne die geeignete Technik geht es nicht. Und wir zeigen einfach anhand von sehr einfachen Maschinen, wie man Nahrungsmittel verpackt und welche Schutzfunktionen Verpackungen haben. Wir sehen ja eine Maschine hinter uns. Wie kann diese Maschine denn jetzt vermeiden, dass Lebensmittel verschwendet werden? Diese Maschine verschließt eine Verpackung. Sie versiegelt eine Kunststoffverpackung und damit ist es nicht mehr möglich, dass Wasser oder Schmutz oder möglicherweise auch Ungeziefer in die Verpackung eindringen. Also sie schützt auf sehr einfache Art und Weise Nahrungsmittel. Warum ist es denn wichtig für die VDMA hier auf der Messe zu sein? Es ist für uns sehr wichtig, weil das ja zwei Faktoren sind. Eine Faktor ist, dass wir durchaus sehen, dass wir im Jahr 2050 sehr viele Menschen ernähren müssen und dass das gar nicht so einfach sein wird. Der zweite Punkt ist, dass sehr viel über viele Gentechnik und andere Methoden gesprochen wird, aber keiner bedenkt die Technik, die einen wertvollen Beitrag zur Reduzierung der Verluste tragen kann. Vielen Dank, Herr Clemens. Vielen Dank, Herr Clemens.